Jetzt aber das große Aber, das waren für mich keine Ibiza-Bayern gegen uns. Und am 19. zum Video vor dem Spiel gegen den 1. FC Köln am Samstag. Die Steilvorlage, ja, die Ansage vor dem Bayern-Spiel war klar, von Rino auf der PK. Es waren zwei Kack-Spiele und eben auch das Zitat, Intensität kann taktisches Fehlverhalten ausgleichen. Auch hier, um den Spielern nochmal anzugucken, vielen, vielen Dank und großen Respekt an Bochum und Mainz. Zwei Mannschaften, die schon durch sind, die alles gegeben haben, obwohl sie schon gerettet sind. Bielefeld und Mainz haben sie geschlagen und dadurch eben dieses München-Szenario am Sonntag möglich gemacht. Maggert auch direkt schon als Profi, wie er ist, war auch sein Zitat von der Relegation gesprochen. Auch krass, auch die Stimmung dort nicht mehr so hoch. Auch das andere Zitat von Maggert, der Gang zu den Fans hat uns eingelullt. Also vor dem Spiel gegen Mainz gab es da wieder den Schluss mit den Fans zusammen. Und dann war eben die Hoffnung da, dass man ja vielleicht doch was holen könnte und wenn es auch nur ein Punkt ist in München. Heimspiel in München, wieder vor klar irgendwo. So war es dann auch am Sonntag in München tatsächlich. Es war ein akustisches Heimspiel. Es war eine sehr, sehr geile Stimmung tatsächlich. Und das ja auch trotzdem so, obwohl ich ja ganz links außen war. So, ich war ja ganz links außen, Block 339. Trotzdem, kranke Stimmung. Team wurde gepusht über 90 Minuten, Vollgas. Und eben dafür auch endlich mal belohnt worden, weil pushen tun wir immer als Fans. Laut die falsche 9 waren es 7000 Ausschussfans in München. Also sehr, sehr geil. Auch hier gerne nochmal den Vlog abchecken. Tomasch, Traumtor. Weil ich finde tatsächlich, dass dieses 0 zu 1 von Tomasch ein bisschen underrated ist. Ein bisschen wenig darüber gesprochen wurde. Denn so musst du den erstmal machen. Also diese Hereingabe war sehr, sehr scharf von Mamusch. Die war sehr schnell gespielt, dieser Ball. Den so perfekt zu treffen, weil anders konntest du ihn auch nicht treffen, sonst segelt das Ding halt wieder 8 Meter drüber. Den musst du perfekt treffen. Das war nicht easy. Und die Latte gemauert, das Ding. Richtig geil. Und da half auch, ja, der gute, alte und auch irgendwo einfach bescheuerte Reklamierarm von Neuer nach dem Tor nichts. Florian Müller. Ja, unser Keeper wurde Spieler des Spiels beim Kicker. Fürs Spiel eben München-Stuttgart. Auch sehr verdient. Hat uns einige Mal im Spiel gehalten. Sehr starke Paraden dabei gewesen. Auch, weißt du, normale Aktionen. Aber einfach Sicherheit ausgestrahlt. Richtig gut gewesen. Richtig starke Leistung. Endlich, muss man ja fast sagen. Das war auf jeden Fall die beste Leistung im VfB-Trigo bisher von ihm. Fand auch das Interview von Missing hat danach sehr, sehr geil. Sympathitate. Sowas wie, ging mir auf den Sack, was in den Sozialen Medien geschrieben wurde. Und dann auch noch am Ende, auch die ganz Blinden haben es verstanden, dass Müller gut ist. Ribéry Regen. Ja, ist ein FIFA-Begriff. Gemeint damit ist Coman. Kurz vor Ende hat sich die rote Karte abgeholt. Mit einer Tätigkeit gegen Dinos. Das kannte man auch von Ribéry früher. Also so toll der Fußballer Ribéry auch war. Da war schon einiges Komisches dabei, immer wieder mit eben einem Unterschied, dass er auch oft ohne Karte davon kam. Jetzt drei Spiele Sperre für Coman. Das ist ja absolut normales Strafmaß für eine Tätigkeit halt so. Also Aussage von Nagelsmann danach auch ein bisschen fraglich so. So Coman hätte sich bei ihm entschuldigt. Hätte das aber nicht tun müssen, weil das passiert. Lachhafte Bayern. Ja, Auswärtsfahrten nach München sind immer irgendwie was Interessantes. Weil solange da kein Auswärtssupport da ist, ist es das halt echt nicht. Überhaupt nicht. Ist nicht das Erlebnis. Also Stimmung ist das eine. Ja, klar. Auch schon angesprochen gerade. Aber auch das Drumherum. Gerade um die Schalenübergabe am Sonntag. Zuerst auch vor der Partie oder rund um die Partie noch ein bisschen ein auf Niklas Süle Verabschiedung gemacht. Und dass es denen wichtig ist und so weiter. Passt irgendwie auch nicht ganz. Wenn man eben dieses Bayern-typische Rumgehacke hat auf ihm. Dieses Nachtreten hat. Auf Süle, nachdem man eben seinen Wechsel zur BVB-Bekante gegeben hat. Damit meine ich vor allem eben die Verantwortlichen bei den Bayern. Und dann auch noch halt einfach diese geile Ansage bei der Meisterschalenübergabe. So, dass man doch bitte nach dem Spiel bleiben soll. Das ist halt einfach lächerlich. Wettbewerbsverzerrung. Extra in Anführungszeichen. Das ist ein Wort, das gerade schon seine Runde macht. Gerade eben in Bezug auf die Bayern. Und ich kann auch den Ärger verstehen. Also mich würde es auch ankotzen, wenn ein direkter Konkurrent auf einmal in München punktet. Das passiert normalerweise einfach nicht. Jetzt aber das große Aber. Das waren für mich keine Ibiza-Bayern gegen uns. Die haben bis auf Nianzu vielleicht. Da hätte es vielleicht ein Süle stellen können. Das war sonst die Top-11, die da auf dem Platz stand. Klar, das war auch keine Champions-League-Final-Performance. Aber das ist logisch irgendwo in der Liga. Das war ein hochverdientes Unschieden. Am Ende des Tages. Der Kicker nennt hier 8 zu 8 Chancen. Und der Kicker nennt ja wirklich nur die richtigen ernstzunehmenden Chancen so. Das hätte auch viel höher ausgegeben. Also ein höheres 3-3-4-4 sein könnte das Spiel. Die Bayern haben uns komplett gedrückt. 75% Ball bis jetzt am Ende des Tages. Hatten einige an dem Minion-Treffer. Ich glaube 3 oder 4. Müller hatte. Einige Dinge rausgeholt bei uns, wie vorhin schon angesprochen. Wir aber auch. 4-5 Riesen-Chancen. Mammusch. Auch Karlajcic. Auch später Förster nach der Einwechslung. Einige wirklich auch davon 100%ige, die wir haben liegen lassen. Also beide haben auf Sieg gespielt. Ist so ein Spiel. Mit Pech verlieren wir es noch am Ende. Mit Glück gewinnen wir es am Ende noch. Deswegen ist die Remi. Das Unschieden passt. Offene Fragen, die jetzt in dem Sinn eigentlich nichts helfen, aber trotzdem irgendwie gestellt werden müssen. Nämlich nach dem Motto, warum nicht immer so? Wo war das die letzten Spiele? Wo war das in Berlin? Wo war das gegen Wolfsburg? Wenn man so spielt gegen die, dann hat man deutlich weniger Drama. Dann ist der Klassenheit gefühlt jetzt schon durch. Auch andere Spiele noch genannt in der Saison. Aber nicht nur die letzten beiden Spiele vor München schlecht. War ja einiges davor auch nicht so perfekt. Aber wie gesagt, hilft jetzt auch nichts. Trotzdem wollte ich die Frage hier in den Raum stellen, weil es einfach trotzdem ein Thema ist, das auch irgendwo einfach nervt dann über diese ganze Saison gesehen. Jetzt aber keine Zeit, sich darüber aufzuregen. Erstmal diese Chance ergreifen und sehen, dass man eine unfassbare Chance hat am letzten Spieltag noch. Hätte kein Mensch gedacht davor, eben den direkten Klassenerhalt noch zu schaffen. Ziel, Klassenerhalt. Da sind wir auch schon bei dem Punkt, weil auf einmal ist die Chance da. Wie gesagt, das hätte, glaube ich, kein Mensch erwartet nach den letzten Spielen. Gerade nach Berlin und Wolfsburg, da einen Punkt in München mitzunehmen. Eben auch verdient, hochverdient, einen Punkt in München mitzunehmen ist krass. Und eben der Weg ist jetzt ganz, ganz klar. Relegation ist mehr oder minder sicher. Bielefeld müsste halt sieben Tore aufholen, Leipzig besiegen, Köln gegen uns gewinnen und so weiter. Das ist recht unrealistischer Szenario, würde ich mal sagen. Und eben unser Weg. Hertha muss beim BVB verlieren. Da sehe ich recht gute Chancen. Vielleicht macht auch Haaland ein paar Hütten. Eben bei seinem Abschied ist er jetzt offiziell durch, dass er zu City geht und Adeyemi eben zum BVB. Und wir müssen eben auch gegen Köln gewinnen, was auch nicht ganz easy wird. Dann wären wir aber wegen dem Torverhältnis vor der Hertha und hätten den direkten Klassenerhalt im letzten Heimspiel der Saison und letzten Spieltag der Saison geschafft. 1. FC Köln, weil hier ist eben die Frage, wie die Kölner Spiele angehen werden. Die haben auch noch die Chance auf Europa League und eben mit Baumgartentrenner, der, glaube ich, keine Mannschaft jemals auf den Platz schickt, die nicht hoch motiviert ist. Die werden da schon Vollgas geben. Spieler waren auch nicht beim Platzsturm. Die haben das noch ein bisschen, ja, die waren einfach ein bisschen genervt von 0 zu 1 gegen Köln. Das ist auch völlig okay. Die waren nicht so euphorisiert, weil sie wissen, die haben noch ein Spiel. Du musst gegen Köln zu 100% mit der gleichen Intensität, mit der gleichen Leistung aufreden wie gegen München. Da sehe ich keinen Weg drumherum. Kurios ist ja auch statistisch gegen Köln. Wir sind zu Hause schlechter als auswärts in Köln. Also letzte zwei Heimspiele waren zwar ein Unschied und ein Sieg so, davor war der letzte Heimsieg gegen Köln in der Liga, aber 1996. 1996, aber vielleicht bricht sich hier die Statistik nochmal, oder führt sich vor. Letzte Spiele waren ja okay, aber generell die Statistik bricht sich hier vielleicht genauso, wie es sich auswärts gebrochen hat. Weil da hatten wir auch vor dieser Saison, vor dem 1-0 in der Hinrunde, ja, das letzte Mal 2000, im Jahr 2000 in Köln verloren. Startelf. Ich habe es vor dem Spiel angesprochen, also vor dem Spiel bei den Bayern, die gelben Karten. Und keiner hat sich eine geholt. Wir haben keine fünfte gelbe Karte-Sperre quasi für das Köln-Spiel. Das ist sehr gut. Und ich denke auch so, dass sich nicht viel enden wird an der Startelf, so vom Ding her. Vielleicht, wie es auch in der Halbzeit passiert ist, rückt vielleicht Mamouche raus für eben Mangala, der dann reinkam. Hat viel Wirbel gemacht da vorne drin, Mamouche. So ist es nicht. Auch die Vorlage für Tomasch, aber eben wenig Ertrag. Also zwei Dinge riesengroße Chancen liegen lassen. Dafür, wie gesagt, Mangala rein, sonst bleibst du mich eigentlich quasi gleich. Nach Kritik vorm Spiel von mir, mit diesem Was-Los-Sascha, kommt jetzt hier auch Lob für Kalajtic. So fair muss man auch sein, weil das war mal wieder Sascha-like endlich da vorne drin. Auch wieder Sosa auf Sascha, wieder funktioniert zum 2-2. Dann interessant auch noch, Fahir keine Option mehr, war er sowieso nicht, aber auch so keine Option mehr, weil er eben eine OP am Meniskus hat und jetzt drei bis vier Wochen ausfällt. Was vielleicht interessant werden könnte, mal gucken. PK kommt ja erst noch. Vielleicht schafft es tatsächlich Sanko nochmal in den Kader. Arena wird beben. Ich bin jetzt schon unfassbar hyped auf Samstag, sage ich euch, wie es ist. Also es könnte wirklich einfach was ganz, ganz Großes passieren am Samstag. Das Spiel ist schon längst, oder schon länger, komplett ausverkauft. Auch heute nochmal das Announcement quasi, das Ding ist ausverkauft, war ja klar. Geiles Wetter auch angekündigt für Samstag, 15.30 Uhr. Und wie Missen hat es auch gesagt, hat den Kessel brennen lassen. Und das werden wir tun. Es wird eine wahnsinnige Stimmung von Beginn an. Da bin ich mir sicher, auch die Köln-Fans bringen ja geilen Support mit. Und alle wissen eben auch, was da möglich ist mit einem Heimsieg. Sondertrikot 1992. In dem wird der VfB auftreten, gegen Köln in einem Sondertrikot, zur Meistersaison 1992 eben. Damals auch die Entscheidung am letzten Spieltag gefallen. Trikot ist angelehnt an das Südmilchtrikot. Damals sieht eigentlich ganz nice aus. Ich finde es ganz cool. Gibt da auch sehr verschiedene Meinungen zu dem Trikot. Schade mir natürlich, dass es nicht wirklich billig ist. Wieder 80 Euro für Mitglieder und sonst 85 Euro. Dann würde ich sagen, wie immer morgen noch kurz das Spieltag-Szenario-Video quasi zum 34. Spieltag. Auch in der zweiten Liga. Relegation ist ja immer noch möglich. Ich bin heiß auf Samstag. Bedankt fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.